ein guter hier also jetzt mal ein ernsthaftes video ich bin da hier am dienstag nach rosenmontag hier bin ich von köln wieder als beifahrer zurückgefahren Richtung frankfurter und man konnte schon von weiter sehen da war ein schwerer großer unfall paar kilometer weiter war noch mal ein pkw unfall ich bin jetzt hier kein gaffer oder so und bei dem pkw hatte ich meine mein blick nach dem unter kontrolle und habe mal kurz zurück geguckt und ich war beifahrer und da habe ich dann gesehen hier am hängt raus aus der tür und dieses bild bleibt bei mir hängen es taucht immer wieder auf also ich kann euch warnen irgendwie dahin zu gucken und so weiter wenn ihr helfen könnt wollt und so weiter nur zu gaffe da das bleibt hängen ich kann euch warnen gell und vor allen dingen hier tut da nicht hier die hilfskräfte sanitäter und alles da irgendwie belagern und dass die da nicht ihre sache machen können gell das ist wahnsinn gell also ja das waren keine schöne sache hier auf der a3 ist das glaube ich ich kenne mich ja nicht als beifahrer da so aus der a3 ist das glaube ich ich kann euch warnen gell das ist kein schöner anblick ich habe da nicht viel gesehen aber ich habe gesehen jeder arm hängt raus keiner kümmert sich damit rum und da habe ich gedacht hier kommt das ist hier da kann man nichts mehr machen da die sanitäter auch nicht und die feuerwehr und alles da zisch mann da rum gehübt und kurz danach habe es es auch im radio durchgesagt dass da mehrere todesfälle waren also seid gewarnt ok macht's gut bis dann schön gerne